Rätsel um Übersterblichkeit. Statistisches Bundesamt kann aktuelle Sterbefallzahlen nicht erklären. Er stellt, 22. November 2022. Statistiken zeigen eine Übersterblichkeit von 9 Prozent, Gründe noch unklar. Die aktuellen Sterbefallzahlen sind höher als in den Jahren zuvor. Das Statistische Bundesamt gibt für September eine Übersterblichkeit von 9 Prozent an. Woran das liegt, ist unklar. Absurd wird es, wenn man berücksichtigt, dass Merkur.de als erstes deutsches Presseorgan am 22. November 2022 die Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes thematisiert. Einen Haken hat die Sache allerdings, denn die im Artikel als aktuelle Zahlen angepriesene Statistik mit einer Übersterblichkeit von 9 Prozent war bereits genau eine Woche veraltet. Die neue Pressemitteilung lautete bereits, dass die Sterblichkeitsrate 19 Prozent über dem Mittelwert lag. Presse Sterbefallzahlen im Oktober 2022 um 19 Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre. Pressemitteilung Nummer 480 vom 15. November 2022. Wiesbaden, im Oktober 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes, der Statist, 92.954 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 19 Prozent oder 14.560 Fälle über dem mittleren Wert, Median, der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Während zu Beginn des Monats die Sterbefallzahlen sowie ihre Differenz zum Vergleichswert deutlich angestiegen sind, gingen beide Werte am Ende des Monats wieder zurück. Auch die Covid-19-Todesfallzahlen erreichten Mitte des Monats ein zwischenzeitliches Maximum, können die Differenz aber nur zum Teil erklären. Die Alterung der Bevölkerung wirkt sich dabei nur geringfügig auf den Unterschied zum Niveau der Vorjahre aus. In welchem Ausmaß weitere Faktoren zu den erhöhten Zahlen im Oktober beigetragen haben, lässt sich derzeit nicht einschätzen. Zu dieser Frage können die später vorliegenden Ergebnisse der Todesursachenstatistik zusätzliche Hinweise geben.